heute bin ich wieder am start hier 2023 stoff müssen wir schlagen ja so sieht das hier alles ganze die ganze aus ja wir müssen halt hier alles platter machen ja erst machen wir mal mit magia danach kommen golle danach ja so ist das so sieht das die ganze aus königin und golems machen den rest so ist das so geht das los und dann königin superkraft und dann hier und dann hier so einfach ist das so wieder zieht so macht man dieses doch komplett hier platz ihr muss klar schlau sein taktik machen ohne taktik klappt das nicht taktik 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 dann mal los die hatte die tempel der boter 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 schatten und dann gleich ja jetzt jetzt aber jetzt brauchen wir kraft sonst sind wir mal wächter musste freigestellt werden und danach kommt könig zum einsatz danach kommt könig zum einsatz und den rest machen wir schon alles allein sehr geiles dorf ist zwar bis ziehen sieht das kompliziert aus aber wenn man mit taktik macht funktioniert das schon somit haben wir dieses dorf hier 100 prozent gelöscht also somit genauso könnt ihr das auch machen dann wird das auch funktionieren ok leute es das ja die tempel 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 so muss die leute fokus machen das war's dann mal war schönes taktik hat die leute versuchte das gleiche oder macht wenn ihr wollt was anders aber mit meiner taktik wird das funktionieren leute es hat die aboniert meinen kanal like daumen hoch geben und dann hoch geben und dann noch geben und dann noch geben ciao leute